Heute geht es erst mal von Elbinger Rode zum Büchenberg und ich kann den Rückweg schon sehen, denn da drüben ist der Galgenberg und da gibt es auf dem Rückweg noch mal einen Stempel. Hier geht es jetzt runter zum Schaubergwerk Büchenberg und hier unten ist dann hier der Stempelkasten am Eingang. Teilweise unter 20% FE-Gehalt im Erz, Eisengal im Gestein, das wird heute niemand mehr auf der Welt abbauen. Wunderbar, die Entstehungsgeschichte dieser Erzlagerstätte ablesen. Entstanden ist dann diese Lagerstätte in Erdzeitalter mittelgewohnen, also etwa vor 360, 400 Millionen Jahren. Hier haben wir mal einen anderen Dreiherrenstein. Sie sieht echt groß aus hier und die drei Herren waren die Grafschaft Stolperke Werninger Rode, Blankenburg und das Amt Elbinger Rode. So, vom Büchenberg zurück Richtung Elbinger Rode ist hier der Galgenberg. Hier wurde früher recht gesprochen und unrecht verübt, würde ich mal so zusammenfassend sagen. Und da hat die Nummer 38. So, ein Tagebauwerk und da oben ist der Galgenberg. Oh, hier komme ich zufällig an dem Schausägewerk. Familie Erd vorbei und die hat hier, die haben hier einen schönen Sonderstempel. Den nehmen wir auch mit. Jetzt kommt die Stempelstelle bei Elbinger Rode. Das Tagebau, Felswerk, heißt die 139. Auf dem Weg zum Jägersplika-Teich, in der Stempelstelle dort, komme ich erstmal hier am Hirschlerteich vorbei. Der sieht auch schon sehr gemütlich aus. Das Polsterhaus ist übrigens ganz grob hinten rechts. So, der Jägersplika-Teich, der kann noch ein bisschen mehr Wasser gebrauchen. Und da ist hier so eine echt große, große Hütte und da ist der Kasten nämlich drin. Da ist er versteckt, um die Ecke, die 127. Das ist der Hirschlerteich, jetzt mal von der anderen Seite, denn der kleine 5 Kilometer Rundkurs ist gleich am Parkplatz zu Ende. So, diese schicke Hütte heißt Brockenblick, aber ich erblicke den Brocken nicht. Das ist tatsächlich sehr schön gemäht, weil das ja hier der Stadtwald quasi ist von Altenau. Und deswegen sind hier auch so viele Leute unterwegs gewesen natürlich, aber er ist natürlich schick. So, wirklich schöner Weg hier. Und er führt jetzt nach Altenau runter und geht dann ein bisschen durch den Ort und wieder zum Parkplatz zurück. Oh, guck mal, da unten ist so eine kleine Bank zum Ausruhen. Sehr schick. Das ist doch mal eine richtig coole alte Bank, schon verfault. Ja, diese Bank hier, die hat einen Grund, denn wir sind hier am Försterbrunnen und klein aber fein, das hier ist eine Quelle. Da steht zwar gar nicht so wirklich dran, aber das ist ganz offensichtlich eine Quelle. Da kommt das klare Wasser raus. Ich möchte nicht viel, plätschere so ein bisschen, aber auch sehr schön.